Hier haben wir den Obata G10, einen elektrischen Zwei-Motorroller mit 48 Volt, zwei Motoren, die jeweils 1200 Watt Leistung entwickeln, eine Batterie mit 48 Volt und 20 Ampere Stunden mit einer maximalen Geschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde. Wir haben eine theoretische Reichweite von 65 Kilometern bei einer Masse von 80 Kilogramm. Wenn man immer mit voller Geschwindigkeit fährt, kann man die Reichweite in realen Bedingungen halbieren. Wir haben 10 Zoll Reifen für Semi-Offroad, eine Masse von 40 Kilogramm und eine maximal zulässige Last von 120 Kilogramm. Zu den Vorteilen zählen eine ausgezeichnete Beschleunigung und eine hervorragende Leistung für einen Roller mit 48 Volt. Das ist der stärkste Elektroroller mit 48 Volt, den ich bisher getestet habe. Außerdem haben wir eine ausgezeichnete Bremsleistung mit hydraulischen Scheibenbremsen von Duisland. Die Qualität ist überzeugend. Sehr bissig das Bremsen, ein großer Pluspunkt. Wir haben eine gute Stabilität bei hoher Geschwindigkeit, ein Design, das ich mit den LEDs attraktiv und originell finde. Manche mögen es, manche nicht. Persönlich gefällt es mir sehr. Wir haben eine ordentliche Handhabung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Lenker ist für Personen über 1,85 zu niedrig. Das ist ein guter Roller für Kleine unter 1,75. Und leider ist sie überhaupt nicht für das Gelände geeignet, weil die Federungen zu hart sind und die Reifenhalbgelände tauglich. Also ist es gut, wenn es ein bisschen Erde gibt, wenn es ein bisschen Weg gibt. Aber sobald es ein bisschen steiler wird, habt ihr nicht genug Haftung. Also klar, das ist keine Maschine für Offroad, es ist eher eine Straßenmaschine. Das Gewicht ist ziemlich hoch für einen Zwei-Motor mit 48 Volt. 40 Kilogramm ist doch recht schwer. Zum Vergleich, die Kukirin G2 Master ist ein 52 Volt Zwei-Motor und wiegt nur 33 Kilogramm. Also 40 Kilogramm, das wird langsam etwas schwer. Wir haben Blinker, die nicht gerade beeindruckend sind. Und ein Nachteil ist, dass du einen Adapter kaufen musst, um den Elektroroller zu laden, da er mit einem chinesischen Ladegerät geliefert wird. Das kostet 4 Euro und 70 Cent auf Amazon, aber im Prinzip ist es nervig. Das ist ein Roller, den ich gerne gefahren bin, besonders was Beschleunigung und Bremsen angeht. Man hat eine gute Fahrposition, der Roller macht wirklich Spaß. Leider ist es keine Maschine, mit der du ins Gelände gehen und in den Wald fahren kannst. Naja, du kannst es schon machen, aber du bist dabei doch etwas eingeschränkt. Grob gesagt ist es ein Roller, den ich gerne entdeckt und gefahren habe, aber es ist auch nicht mein Favorit und auch nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Roller seid, ladet die Liste der besten Elektrofahrzeuge auf dem Markt herunter und ihr könnt auch auf alle besten Angebote zugreifen. Auf meiner Website alle Links in der Videobeschreibung. Wenn die Oberta G10 Sie interessiert, werde ich den Link in die Beschreibung dieses Videos setzen, zusammen mit einem kleinen Rabattcode, damit Sie sie so günstig wie möglich bekommen können. Like und abonniere, wenn es dir gefällt.